Hallo und willkommen zurück hier zu Tales of Arise mit dem Reise von der letzten Folge. Wir haben ein bisschen Grinding betrieben, äh minimal. Wir wollten nicht so wie wir es tun hätten können, aber naja, da wird es ein bisschen spannender und knackiger und wir sind hier natürlich in der letzten Folge aufgehört noch am Lagerfeuer. Oh, Lagerfeuer, hoppala. Hatte mich fast verschluckt, kochen tun wir nicht. Reden, gehen wir auch mit keinem. Wir schlafen einfach nur. Auf wir go, here we go. Gehen wir zu den Eulen. Da hatten wir ja noch, äh, da haben wir jetzt ja. Klar, äh, die waren voll. Ja. Sind voll. Sind voll. Den gibt's noch. Genau, da haben wir auch erst drei. Wollt den König, nicht die Königin. Vielleicht noch mal so der Boing. Das war's. Looks like we got another reward. I didn't realize that so many still remained. Dan and Owl's truly are majestic indeed. Ich dachte, die Danan-Owels hat sich aber auch ausgesucht. Das ist das, was ich von zu tun machen. So wir klar sind, das Ort ist ein Geheimnis. Ja, ich bin klar. Pläts wie diese müssen aus dem Publikum sein. Es ist ein Schmerz, doch. Mit properem Training können sie in einem Magnificent Chorus werden. Was sind sie so hooten, jetzt? Alphen und Xiong können uns verstehen, richtig? Huh? Oh, no, ich meine, ich war nur ein Glück, das letzte Mal. Ja, vielleicht wird es ein Glück, zwei Mal. Go on, gib es ein Schmerz. Really? Well, wenn du so. So, ahem, let's see. Listen to them. Are they really up to the task? What do you mean? You're the one who put them in charge. It's my responsibility to protect our friends. Stop trying to take everything upon yourself. This is what the owls are saying? Of course. Uh. I must say, though, we've found quite a number of owls. It's a testament to how much you care for Hoodle, Rinwell. Hmm. I wonder which branch Hoodle will perch on. Rinwell? Oh, nothing. Don't mind me. Well, come on. The perches are only half-filled. We've got to find the rest of the owls. Wir haben doch schon mehr als die Hälfte. Wir haben drei Bäume voll. Es sind nur fünf Bäume. Also, von dem her. Äh, nee. Ups. Kann ich da auch wechseln? Nee, ich kann nur hier wechseln. Äh, ja. Hier walt' ich hin. Oh. Direkt hinreißen. Ah ja, das war das. Auf zum Hof. Rindfleisch. Pferdefleisch. Aufziehen. Kalsenden. Beine. Ähm, da haben wir Kühe. Und Pferde. Da riecht immer erst statt. Kalsen mit ein. Der ist ja gut. Dann gehen wir erst mal hier lang. Ich denke, ein bisschen sensiert ist etwas. Der weg in mir. Was ist das? Was ist das? Die Astral Energie war unglaublich! Ich gab es alles, was ich hatte! Rote Kamille! Was gab das nochmal? Durchdringung! Was ist das? 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 rixinn? Zack! Kinderspiel. Guten! Eh? Ah, ja! Ah! Da unten! Engelsflügel! Goye! Goye! Take this! Target played by the top. We've got flyers. I've got it, let a marksman handle it. Do you see this thing? All yours. New shot. Your mind. Switch cards. Put ground and pound! Take this! Yeah! That's too fast! Stand up. I'll clip it up. Go away! Go away! Make it right! Astral energy! Go! Raid decapting! Nixter wird er ein köder rezept für eiscreme hier im brunnen sehr komische art oder oder auch als ein rezept zu lagern ein Hemd bist du nicht? französchengelee an opponent like this should be easy Was ist das? Da hat's dich überlebt. Oh, Astralerz. Da hat's dich überlebt. Da hat's was ich hier. Oh, so, so haben wir ja nichts. Ach komm. Oh! Das ist nur ein Ja, du willst das Leben noch einnehmen. Okay, wo kommen wir hin? Was ist denn hier? Brot in der Werft. Kriegen wir denn hier ein Reisemittel, wenn wir hier fertig sind? Schiff? Gibt es ein neues Gespräch? Das ist das erste Mal, dass ich das wiederholt. Gibt es das, dass ich es mir bewusst bin. Okay, Leute. Bereit zu gehen? Okay, okay. Hmm. Kisara ist auch gleich Level 28. Das ist doch schon mal gut. Ein bisschen Reis. Ein bisschen guter Reis. Das ist dann kein Scheiß. Warte, die ist mit Sicherheit hier. Ein Aufzug. Oh, ich darf mal wieder was lesen. Wie es aussieht, steht dieser Aufzug still. Verdammt. Was haben die Renéer bloß damit gemacht? Wir kommen hier nicht weiter, wenn wir keinen Weg drum herum finden. Warum schauen wir uns nicht mal um? Ob wir was Nützliches finden? Eine weise Idee. Vielleicht finden wir einen anderen Weg noch unten. Bist du auch ein verstanden, Skihund? Klar. 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 Was liegt denn hier? Hier ist ich. Karotten. Ja, das ist der nächste Ort, wo Karotten wachsen. Kupfer. Da ist der Leider. Tag. Da ist er nicht. Da ist er. Das ist ein weiterer Ort, wenn wir die Züge. Keine Ahnung, die Kunst der Leider ist. Das ist er. Da kletter ich mal lieber Ich höre dich doch Woah Nice heal Nice Das ist gut. Uh, den hab ich auch noch nicht gesehen. Das ist gut. 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 對. Das ist gut. Das ist gut. Und Drugs. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut! Was ist das Ding? M-Kristall! BodyInstall! Okay, jetzt macht ihr den Finisher. Uuuuh, den hab ich auch noch nicht gesehen. Ja, das sah auch fett aus. Dieses Ort ist voll von wehrer Maschinerie, alt und neu. Was macht sie hier denn hier? Durch alle Erkenntnisse, eine Art unschützige Forschung, die sie nicht wollen, zu sehen. Auch an anderen Rennens? Das ist eine schreckliche Idee. Das wird uns noch mehr vermiedscht. Eine Reihe von verdächtigen, kreisförmigen Geräten, die gerade groß genug sind, um eine Person umzuschließen. Das ist so Kryo-Dinger. Moment, kommt Rynwall etwa aus der Vergangenheit von vor 300 Jahren und war in so ein Kryo-Ding eingesperrt? Plot-Twist. Würde ihr ein bisschen, ähm, erklären. Ich habe es. Ich habe es. Ich bin ein bisschen, Herr Rynwall. Ich bin ein bisschen, Herr Rynwall. Du musst dich auf auf mich. Haha, ich bin ein bisschen. Du bist ein bisschen, Herr Rynwall. Ihr Macht ist ein bisschen zu behalten. Ich bin nicht so dramatisch, Herr Rynwall. Ich bin nicht so dramatisch. Sieht wie wir won. Das Ort ist ziemlich tief in der Grund. Es war wohl so gebaut, so es könnte noch sein, auch wenn die Oberfläche verletzt wurde. Vielleicht ist das, warum es noch hier ist. Und warum es in unserer Hightout gemacht wurde. Es würde sicherlich stehen, zu reden. So. Aber wie es hier weitergeht, sagen wir, oder sehen wir in der nächsten Folge. Und ich sage danke fürs Zusehen, wenn ihr euch gefallen habt. Wenn ihr wisst, ja, Like und Subscribe und der Weltverteidigung, wenn ihr es noch nicht schönes getan habt, die Notation will aktivieren und das Youtube, was ihr mehr von uns sehen wollt. Solltet ihr euch auf Youtube nicht benachrichtigen, wann was für uns abgeht, gibt es noch den Twitter-Account. Wenn ihr mir einen Follower drücken könntet. Einfach gut, dass alle Feeds angezeigt werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao.